Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss für zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat super Kräfte. Wie ich auch. Wir versagten. Und natürlich gab es Zeitreise. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Noch mal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Hey Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe! Die Riverport-Universität! Wir sind da! Hey! Danke, Kumpel! Kein Problem! Und damit willkommen zu Kunde. Ja? Fertig? Okay. Ja. Willkommen zu Quantum Break. Schöne Spielhosen wird das ja übrigens. Harte Nacht gehabt? Ja, Schei. Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. Paul hat mir gesagt, ich soll zum Physiklabor kommen. Ich sollte zu Paul gehen. Was haben wir, Objekte? Können wir den eigentlich auch hin? Guten Morgen. Ja. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Ich gehe besser auf den Campus. Das ist... Paul, ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treff dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Das ist ziemlich unheilvoll. Untertitelung des MDR. Bis zum Morgen! mal hier hinten schönes Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Schatz, können wir jetzt nach Hause? Die ist geübert. Komm, Amy, lass gut sein für heute. Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Und vier Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? Soviel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Hier, sieh dir die Grafik an. Interessiert es dich? Oder hängst du hier nur rum? Hm, hast du noch Spruch? Du hängst also nur rum. Hm. Verstehe. Okay. Monarch reist die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Hm, um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt. Und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen. Aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut. Viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. Es ist nicht ein Meer. Es ist ein OCEAN. Er hat fünf Jahre alt. Es ist ein OCEAN. Der Schilder und der Schilder sind über 95% unserer Univorken. Wir machen nur ein Speck der Licht in einer endless OCEAN der Schilder. Alle Geschichte findet ihre Erwновle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 All of us have two faces The one we wear for all to see And the face that lies beneath in the dark Mmh, schöner Kotzfilm Paul war schon immer erfolgshungrig Vom Erfolg getrieben Er hat es auf eine ganze Reihe Dieser junge Unternehmer des Jahres Listen geschafft Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität Für ihn war das eine große Sache Gehen wir mal von der Rennung Dann gehen wir mal von der Rennung Hey, die Demo ist vorbei Ab nach Hause Deshalb bin ich nicht hier, Chef Sie brauchen nicht den Wachmann rufen Arschloch Hm, sonst noch was Los jetzt Gehen Sie weiter Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon Ich erkenne Wachleute, wenn ich Sie sehe Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich Gehen Sie einfach weg Liam Burke, ein Monarch Security Officer Unser erstes Treffen war geradezu herzlich Wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief Die gucken sich voll böse an Wir gehen weiter Gehen wir nicht hier hochlaufen Genau, Dr. Kim Von Bescheidenheit keine Spur Was, Paul? Eine ziemlich lange Reise Nur um ein Forschungsprojekt zu sehen Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand Er brauchte einen Freund Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte Gibt's ja gar nicht Jack Joyce Höchstpersönlich Der hochverehrte Mr. Paul Serene Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her Willkommen zu Hause Sechs Jahre Ich dachte schon, du kehrst nie zurück Ja, ich auch Komm mit Da lang Wir gehen nach oben ins Labor Wie war der Flug? Erste Klasse, danke Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah Ich vermisse diese Zeiten Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird Er weiß nicht, dass wir hier sind Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte Will war die einzige Familie, die ich hatte Aber er war schwierig Vorfall Ja je, Will Was hast du diesmal angestellt? Hey Paul, glaubst du, du hast genug Platz hier? Nun, die Geschäftsleute müssen ja irgendwo Golf hüben Hier rein, Jack Fahren wir nach oben Die Anlage hier ist ganz ordentlich Was soll ich sagen? Ich hab ein gewisses Talent Wohlhabenden Investoren Das Geld aus der Tasche zu ziehen Na ja Tun wir hier noch Tun wir nicht rein, okay Haben wir noch einen Artikel? Hey, Jack Hier drüben Ja doch Los geht's Wie ich sehe, sind Demos gegen Monark gerade schwer an Mode Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst Ich dachte, das wäre genau dein Ding Nun, es war mal unser Ding Du hast uns verraten Ich weiß nicht Gleich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht Solltest du versuchen Du verschweigst mir doch etwas Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch sagen, ha? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich... Ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten Das Projekt, an dem wir arbeiten Es wird die ganze Welt verändern Ach, warum hab ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal Eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend Okay Spaß beiseite Zum Labor geht's da lang Komm Hm Komm, Jack Ja, du wirst beeindruckt sein Na los Komm doch einfach zum Punkt Du hast dich kein Stück verändert Willkommen zum Projekt Promenade Promenade Wir müssen mir Kohle zur Verfügung haben Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um vier Uhr morgens machen Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann Du musst mir helfen, Will zu überzeugen Ja, hatte ich mir schon gedacht Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da Nun ja, du kennst ja Will Ja Äh Gab's da nicht mal so einen Zeitreisefilm, wo das Ding auch nur mit dir stammt? Irgendwie Ja Erinnert mich dann das an irgendwas Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen Will hat überreagiert Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete Es gebe Rechenfehler, große Risiken Alles ohne jeglichen Beweis Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann Du hast mich immer in so etwas hineingezogen Ich? Ich hab dich hineingezogen? Ich sage nur ein Wort Utah Ha, okay Touché Und was ich so höre, hast du in den letzten Jahren auch ohne mich genug Ärger am Hals gehabt Nun, ganz offensichtlich ist das eine meiner Stärken Jack Du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten Ich stecke wirklich in der Klemme Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will Jack Ich danke dir Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann Ich bin schrecklich hierher bei dir, ich bin ich mich noch für den Klemmer Ich bin einig, ich bin ich mir immer sicher, dass ich hier bin müde, ich kann mich noch mal für den Klemmer Okay. Input, da hinten können wir die Zeit anscheinend einstellen. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Konaanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Jack, wir müssen weitermachen. Da wird nur die Konaanleitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messwerte sind stabil. Äh, Leute, das klingt nicht gut. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen. Hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch. Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Oder lies dir stattdessen einfach meine privaten E-Mails durch. Heilt ja nicht. Jack, der Schlüssel. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe? Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. Drei, zwei, eins. Verdammt, Paul. Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte, warte mal. Dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden. Jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Was? Zwei Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul! Was? Wie? Keine... Keine Sorge. Alles okay. Bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig. Jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Das... Er... Er ist eine Zukunftsversion von mir aus... Zwei Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine... Was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warmen... Vor Unheil warmen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja. Ja. Natürlich. Warte, Paul. Was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um... hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was-Wenn. Ich bin hier. Es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben's geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das... Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf fünf Minuten in die Zukunft ein. Ähm... Ob das doch alles okay ist, was er dort macht. Es ist schon... Ja, es ist schon geil, aber... Es ist irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht recht, Paul. Genieß das hier, Jack. Was wir tun. Hier, in diesem Moment. Darüber wird noch Jahrhunderte lang geschrieben werden. Was ist, wenn er wirklich nicht mehr reingeht? Er geht zwar rein. Er kommt auch wieder raus, aber... Was ist, wenn er sich damit repliziert? Was passiert dann? Ist dann ein Riss? Also eine... Die Maschine gibt merkwürdige Geräusche. Was tust du da? Oh nein. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, 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 nein! Halt ihn auf! Halt's Maul! Er beschädigt den Kerl! Warte, warte, warte! Jetzt, warte mal! Wir können es nicht abschalten. Paul ist noch da drin. Halt's Maul! Halt's Maul! Sieh mich an! Nimm die Waffe runter, dann reden wir. Okay? Dafür ist keine Zeit. Du denkst nicht klar. Nimm die Waffe runter! Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden. Jack. Bitte vertrau mir. Sonst war's. Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus! Nein, ich hol dich da raus! Oh Gott! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein. Nein. Ja! Alles okay? Ich glaube ja. Ich will deinen Weg raus, kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Äh, ja. Was zur Hölle ist das? Wir haben die Zeit zerbrochen. Okay. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Kann schon mal. Jack. Hey Will. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ich habe einen Schenken. Jetzt komm. Die Klempf. Das sollte nicht passieren. Die Zahlen sind doch... Die Anomalie... ...ist unherbiert. Jack! Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Komm mal was zu mir. Okay. Komm! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin. Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Schnell!